Sena, Deine Marke für Motorradkommunikation und Connectivity, stellt Dir den neuen Standard in Sachen Kommunikation vor. Mit dem Sena 30K. Durch die Verwendung von Senas patentierter und aktuellster Mesh Intercom Technologie wird das Koppeln einfacher und schneller als je zuvor. Ein Druck auf nur einen Knopf genügt und das 30K scannt und verbindet sich mit allen verfügbaren Geräten in der Nähe. So verbindest Du Dich mit Deiner Gruppe in Sekundenschnelle und schon kann's losgehen. Das sich selbst organisierende und selbst optimierende Mesh Intercom System bedeutet, dass Du Dir nie wieder Gedanken darüber machen musst, wer mit wem in welcher Reihenfolge gekoppelt ist. Mit Mesh Intercom ist jeder mit jedem verbunden. Selbst wenn mal ein Fahrer außerhalb der Reichweite ist, wird das autonome System ihn aktiv suchen und wieder verbinden, sobald er wieder in Reichweite ist, ohne dass die Gruppe unterbrochen wird. Im Public Mode kann sich das 30K mit nahezu unendlich vielen Headsets innerhalb von 1,6 Kilometer Radius verbinden. Im Private Mode kann der Gründer einer Gruppe bis zu 16 Teilnehmer für bis zu 8 Kilometer Entfernung hinzufügen. Gäste können der Gruppe hinzugefügt werden, um zuzuhören. Ideal für Instruktoren oder Tourguides, die in einer größeren Gruppe kommunizieren müssen. Technologie sollte mit Dir wachsen und niemanden zurücklassen. Im 30K steckt ein Dualprozessor, der sowohl Bluetooth als auch Mesh Intercom zur gleichen Zeit ermöglicht. Somit kannst Du sowohl mit 30K-Usern im Mesh Intercom als auch mit anderen Bluetooth-Nutzern zur gleichen Zeit kommunizieren. Aber es wäre kein Sena ohne die Dir bekannten und geschätzten Features. Das 30K bietet Audio-Multitasking, FM-Radio, die Möglichkeit, Telefonanrufe zu empfangen und zu tätigen, Navi-Anweisungen, Musik und kristallklaren Ton zu hören mit Senas Advanced Noise Control. Willkommen in der Zukunft der schnellen, flexiblen und unbegrenzten Kommunikation. Das ist das Sena 30K.